hallo hier ist der bonsai joe und wir starten jetzt die anlage los geht's hier drin wie gesagt pumpe 3 meter 50 förderhöhe bis zu dem verteiler und langsam tropft los so was hier ausläuft der spieler trupp von schale zu schale wird dann hier noch mal gesiebt in einer kleinen provisoneinrichtung und dann wieder zurück ich hoffe es wird hier rüber transportiert und auch ausgebracht das wasser und siehe da es werde wasser alles ein bisschen nachjustieren jetzt aber alles in allem bin ich schon mal schön zufrieden die ja die kleinen schnuggi bärchen möchte man vorne noch bewässern aber dazu morgen mehr